Weil wir vom Tempo relativ gering bleiben. So, stopp. Weil ich glaube, die Holzachterbahn an sich ist immer... ...nix, wo die Leute sich freuen. So. Nein. Jetzt lassen wir... ...wenn wir mal die Kurven verbessern. So, dann noch 15 Grad in die Kurve. Hier oben genau 15 Grad in die andere Richtung. Dann endet das alles mit der... ...Kurvengeschwindigkeit zu hoch. So. So, jetzt setzen wir noch ein bisschen tiefer. Dann können wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufbauen. Dich drehen wir ein bisschen rein. Genauso wie dich. Dann drehen wir uns nach links. Und ich glaube, das sollte dann eigentlich schon alles sein. Die restlichen Abschnitte sind ja von der anderen Strecke. Testen wir das Ganze nochmal. Wie es jetzt von den Werten aussieht. Toll, die Begeisterung hat abgenommen. Die Intensität auch, weil wir jetzt in den Kurven gegangen sind überall. Dann lasst uns doch nochmal... Ach, wir verlängern die Strecke nochmal ein bisschen. Aktuell ist die auch zu günstig. Ja, die Position ist natürlich immer ungünstig. Meine Güte. Ich bin eins. Und danke. Für den Support. Ich bin eins. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich teste jetzt erstmal so, wie die ist. Mein Gott. Ja, die Fahrt ist eigentlich zu Ende. Ach nein, wir müssen noch mehr fahren. Verdammt. So, jetzt aber. So, jetzt sollte er hier über den Hügel kommen. Oh. Da pennet der aus. Moment, da machen wir es anders. Da machen wir den Streckenabschnitt doch höher. Wir lassen den aber hier beim Knoten dann nochmal einrasten in Ketten. Mein Gott. So schlecht bin ich auch nicht als Achterbahnarchitekt. So, jetzt hat der eingehakt. Jetzt kriegt er auch genug Schwung für die Kurve hier oben. Und es ist viel zu schnell, wenn er hier unten reinfährt. Ah ne, doch. Er schafft es zu bremsen. So. Sehr hohe Übelkeit. Wenig Begeisterung. Hier an der Kurve sehen wir das ein bisschen. Hier unten die 69 sind vielleicht etwas zu schnell. Aber dann drehen wir es mal in die Kurven. Moment. Moment. so hinten hast du auch gemeckert da war schon 30 grad drin noch mal testfahrt das dauert mir alles einfach zu lang mit der testfahrt nur und vor allem dass das spiel die spielzeit dabei ablaufen muss stell dir vor mein park läuft schlecht und dann teste ich die ganze zeit hier das ding durch und ich würde die ganze zeit nur geld verlieren ja begeisterung ist wieder runtergefallen dadurch weil es nicht mehr so intensiv ist dann hast meine achterbahn was habe ich hier für ein archiv bau 500 mal ein track erreicht einen parkwert von 50.000 baue eine achterbahn attraktionen oder läden mit jedem motiv das verstehe ich noch nicht mal so ganz ich brauche eine verbindung zum park zum achterbahn stingsbums so mittel lasst uns den sandstein mal setzen falls sie mal lust hat sollen sie halt da drauf gehen lustigerweise ist aber moment begeisterung ist 4,8 die ist 4,7 vielleicht liegt es einfach an der holzachterbahn an sich bau was was steil hoch geht und wieder runter geht zum beispiel noch mehr achterbahn ein gebäude für eine große anzahl von mechanikern mein gott ist hier müll kann sein dass es jetzt stirbt nein noch nicht was ist eine große anzahl von hausmeistern 10 cool dann schicken wir mal von hier aus einfach zehn hausmeister übrigens die geräusche hören sich so schlimm an weil die geschwindigkeit beschleunigt sondern auch die stimmen beschleunigt werden von allen und zwar sehr eklig so da haben wir dann zehn mechaniker drin die können sich um alles kümmern die ganzen objekte sind freigeschaltet jetzt kann ich endlich wagen bauen so dass wir diesen tollen wasserturm oder hier dieses windrad ich glaube das waren schon alle western setting sachen ane kommen wir haben auch noch ein wilder westen als fassade mein gott wer schreit denn hier so wild nun attrappe sogar die canyon formation habe ich jetzt gestapelte felsen die habe ich mir schon immer gewünscht ich weiß gar nicht was hier am ende passieren soll wenn man mal wirklich viele besucher hat wir haben im moment echt mini park obwohl es gibt optimierung können wirklich sehr spät in der spieleentwicklung erst vonstatten gehen wo wässern straßenlaternen und ja es ruckelt der park ist den besuchern zu voll du solltest mehr wege bauen jetzt kann ich sogar alten holzsaun setzen ja das hier ist jetzt ein wenig gemein doof doppelstrickzaun doppelstrickzaun endstück also müssen wir den auch so rankriegen dass der genau da endet naja so ganz klappt es nicht oder doch die setzen sich jetzt richtig aneinander obwohl man sieht da kleine lücken ich wollte es nur mal testen muss jetzt gerade nicht gut aussehen zaun der zukunft ein futuristischer zaun weil da so lichtlinien drauf sind ok schaut euch diesen elfförmigen fels an ist der nicht schön macht der nicht alles schöner so das geisterhaus kann ja noch äh ein feld c kriegen so es gibt mülleimer doch aber die werden nicht benutzt von den einwohnern äh einwohner sag ich schon von den parkbesuchern aber wir müssen jetzt auch die western mülleimer bauen weil es gerade gefragt wurde äh holzerner mülleimer western mülleimer so einrastern so wie leider bänke auch noch nicht genutzt werden wie zum beispiel es halt früher die parkbesucher gemacht haben mein gott die schmeißen ja müll echt überall hin tonne auf rape ist defekt nothalt warte schlagen attraktion drehen die wieder um ich frage mich ob wir mehr leute in den park kriegen weil den preis senken ich bin erschöpft ich bin am verdursten ich bin am verhungern ich brauche eine toilette ich bin erschöpft ich bin erschöpft mir ist richtig schlecht ich bin erschöpft ich brauche eine toilette ich brauche sofort eine toilette mein gott alle fünf meter muss man bestimmt ein klo bauen jetzt beschweren sie einfach die ganze zeit die kinder die sich kein klo leisten können wegen den 25 cent na weg so öffne nochmal 25 cent hier sind irgendwelche sachen defekt obwohl ich doch auch schon sehr viele service kräfte jetzt haben müsste die vor allem die ja die strukturen warten da vorne hatte ich den einen großen mechaniker also das eine große mechaniker gebäude hingesetzt machen wir das andere jetzt hier hin der achte arbeit editor ist jetzt sogar noch fortschrittlicher beschreibung des tutorials für dekoration objekte mit unterschiedlichen motiven science fiction dekoration in der nähe von science fiction gebäuden bauen manche deiner besucher müssen auf die toilette platziere eine kleine toilette in deinem park überprüfe den preis der toilette wer braucht denn solche kleinen tutorials so essen verkaufe ich auch schon mehr als genug mhm stillstand ich komme mir schon vor als wenn wir pa spielen tja das ende der performance das ende dieses angespielt würde ich sagen schlechter zustand aktuell noch viel arbeit keine kaufe empfehlung kann ich nicht geben weit zu teuer 40 euro glaube ich kostet im moment ha er hat sie nochmal gefangen aber nur um nochmal abzustürzen wahrscheinlich ähm was soll man sagen man kann aktuell roller coaster 3 3 spielen glaube ich eher weil es fehlt einfach noch in dekorationen klar ist normal ist die access jetzt wird nachgeliefert grafik ist jetzt nicht so bumble die besucher sind irgendwie nicht so geil irgendwie macht es auch jetzt nicht so viel spaß gerade die dinger aufzubauen da ist im moment planet coaster echt das bessere spiel und wir sehen gerade wie das spiel immer wieder abstürzt beziehungsweise versucht irgendwas nachzuladen und ja schade schauen wir mal was passiert wenn das erste größere content update kommt ich hoffe das beste fürs spiel weil man will sich ja wieder ein roller coaster wünschen in dem sinne tschö nach youtube und passiert noch was nein wir sind gestorben